Meine Damen und Herren, ich habe heute die Ehre, wundervolle Tänzerinnen anzukündigen. Fünf wundervolle Tänzerinnen. Und soll ich euch mal sagen, heute haben wir die Ehre, etwas komplett Improvisiertes uns anzugucken. Ja, und ganz wichtig, am Ende geht dieser Hut rum und ich möchte, dass ihr da auch ordentlich Sachen reißen. Ja, vor allem Klippe, Zeugen und Scheitrennen. So, dann machen wir jetzt die große Freude, die Indy-Cats zu sehen. So, dann machen wir das. 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 Untertitelung des ZDF, 2020